Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt vom Flexstrom bzw. vom Eddy. Das Video heißt Next Level Spoofing und guckt euch das mal an. Hier ist ein Eboli, das benennt ihr einfach um in Please Mew mit drei Ausrufezeichen. Das ist wichtig. Ihr müsst drei Ausrufezeichen hinter den Namenstrick machen. Ein Eboli, nehmen, Please Mew, benennen, drei Ausrufezeichen, machen. Dann entwickelt ihr das und dann bekommt ihr nicht nur ein Mew mit etwas Glück, bekommt ihr sogar ein Shiny Mew. Guckt euch das an, ist sogar aus einem Ei, ein Eboli. Ihr müsst ein Eboli aus einem Ei entwickeln mit Namenstrick. Und wenn ihr Glück habt, ist das sogar noch ein hundertprozentiges Shiny Mew. Das ist doch heftig, oder? Schreibt ihr mal rein, ob das bei euch auch klappt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, ich müsste ein extra Video dazu machen. So bekommt ihr Shiny Mew. Wollen wir das mal machen? So aus Spaß und dann drehen alle durch. Dann bin ich nicht besser als Bisa-Fan. Aber einfach nur, um die Leute an der Nase rumzuführen. Das müssen wir machen. Genau so machen wir es. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Romsus. ä. Musik Musik Vielen Dank.